So, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, hier wird zu DSKAN Part 47. Schutz vor den Schwachen. Da würde ich mal sagen, wir reisen schnell dahin. Viel Spaß dabei, auch die Leute an YouTube. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Und ja, es geht weiter in DSKAN. Es ist Corporal St. John, er kann rein. Hm, bin gar nicht bei ihm hier vielleicht, aber das gleich. Jo, alles klar. Ja, wenn wir hierdach. Tja, Corporal Beaton St. John. Hallo, Sergeant. Also ich finde, das ist mehr Schutz als Tester. Aber gut. So, Motor ist eigentlich auf der neuesten Stand. Wir können öptisch noch was einmachen oder Allergierung. Äh, reparieren. Ja, drücken wir mal auf. Jep, der gute alte amerikanische Sprit. Kommt sofort. Na gut, aber gar nicht. Ruhe. Ja, ja. Wollen wir hier an den Bückling. Corporal St. John. Ich habe eine dringende Aufgabe für Sie. Das war irgendwie klar, als ich mich melden sollte. Sir. Eine unserer Patrouillen wurde ausgelöscht. Eine andere Patrouille sollte Sie suchen. Sie fanden alle bis auf eine Person. Private Gomez. Ja. Lebt sie noch? Ich weiß es nicht. Der Ort des Geschehens ist voller Spuren. Ich brauche jemanden mit ihren Fähigkeiten, um diese Spuren zu untersuchen. Okay. Ich tue, was ich kann. Ich wusste, auf sie ist Verlass St. John. Wegtreten. Wo muss ich denn hin? Do hin, muss ich. Aber ich würde gern lieber an Tageslicht kommen. Wie Busa so schön sagt, ich glaube. Busa hat natürlich immer recht gehabt. Bis jetzt. Ach, das sollte reichen. Auf geht's. Nix mit Corporal. Weg. Abfahrt. Moment, ich öffne das Tor. Moment, ich weiß nicht. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ah, guttest timing Gut Ist aber jetzt weg, oder? Oh, bitte, ich kann nicht mehr nehmen, äh, rein Nochmal schön stecken Du, Freunde, das war's schon wieder Ich glaube nicht, dass er noch einen Job für uns hat Schnellreise, nein Oh, bricht halt ein bisschen aus, Virus Alle, die sich nicht impfen lassen haben, auch nicht schlecht Äh, nö, ähm, Schatten des Todes, das ist uns auf jeden Fall unser nächster, ähm, Part, und zwar Part 48 dann Ähm, ja, wir werden wohl mit Sarah von Weiser Island entkommen Hoff ich mal zumindest Mehr sehen wir dazu auf jeden Fall beim nächsten Mal Dankeschön fürs Zuschauen und ich würde sagen, Tschüss, bis dann Ich würde sagen, Tschüss, bis dann